Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute hier die täglichen SPC's an, die gekommen sind. Und werden wir direkt natürlich drauf eingehen. Einmal die Community Tots ist gekommen, Freunde. Werde ich nicht machen, warum werde ich es euch auch gleich erklären. Und hier einen Foto-Tausch-Dienst-Spieler werden wir mitnehmen auf jeden Fall. Hier gehen wir erstmal drauf ein, was müsste man hier abgeben. Man müsste hier einen Tots abgeben. Klingt eigentlich gut, man könnte ein Ibra, Busquets, Teles und so weiterziehen. Aber, ich habe jetzt bei drei Leuten zugeguckt, die so ein Pack aufgemacht haben. Und die hatten, zwei hatten Onana und eine hatten Rotri. Und die habe ich beide schon untauschbar. Das heißt, ich müsste die abstoßen. Und ja, deswegen gehe ich dieses Risiko nicht ein, Freunde. Die kann ich mir auch sparen, die Karten. Wäre auch teuer, würde so ungefähr 40.000, 50.000 kosten. Wenn ihr den Tots nicht habt, ja, ich denke aber, die meisten werden einen Tots haben. Deswegen würde ich euch diese SPC eher nicht empfehlen, Freunde. Also, wenn ihr wirklich die Coins braucht, macht diese SPC lieber nicht. Ich wette die auch nicht mal, meiner Meinung nach, vollkommen unnötig. Habt ihr gesehen, was man da abgeben müsste, wäre auch viel zu teuer. Wie gesagt, Minimum 50.000. Plus den Tots natürlich, müsst ihr den Tots noch kaufen. Zahlt ihr nochmal 30.000, 40.000 mehr. Aber den Food-Tausch-Dienstspieler werden wir mitnehmen. Cancelo können wir dann auch auf jeden Fall abschließen oder Rames demnächst. Das ist relativ easy, ne. Müsst ihr einfach 10 seltene reinstellen. 78er Rating, 2-3 Ligen. Relativ easy. Gehen wir einfach durch, welche Spieler ich hier drin habe. Also, ihr seht, sehr viele wieder. Untauschbar. Natürlich Wivals-Belohnung, die ist das, Freunde. Ihr kennt das Prinzip. Gehen wir hier ab, zahlen hier kaum was dafür. Ich muss keinen einzigen Spieler dafür kaufen. Perfekt. Gehen wir natürlich ab. Heute Abend werde ich wahrscheinlich wieder streamen, Freunde. Wenn natürlich wieder, ja, Bronze-Pack-Methode, Spam, dies, das, Freunde. Kommt ihr gerne vorbei, Teams zu bewerten. Ja, den packen wir in den Verein. Und dann würde ich sagen, wäre es das mit diesem kurzen Video gewesen, Freunde. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das Trotz-Pack lohnt sich meiner Meinung nach überhaupt nicht. Deswegen werde ich das auch nicht mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, mit dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Gerne was in die Kommentare schreiben. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.